12.06.2024, der Filwo ist in Vossenack, wo es nach langer Pause mal wieder den Bosselbach-Lauf gibt. Hier kommen die Strecken zurück, dort kommen sie her, da gehen sie hin und wer hier sich überlaufen will, kriegt jetzt Elektroschocks oder wie sehen wir das? Ja, wenn die Rückkehr des Bosselbach-Laufs nach der Corona-Pause etwas auf sich warten ließ, dann lag das daran, dass erst noch der Sportplatz saniert wurde. So, da kommt der erste Läufer schon auf den Sportplatz. Nehmen wir das mal als Regieanweisung. Da kann man ein bisschen von der Landschaft sehen. Nehmen wir das mal als Regieanweisung. Nehmen wir das halt. REAL Rimmau und super wow, der Daniel ist wirklich klasse so 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 wie immer der Täter steht aber nachher den ganz schlimmen hier bei 500 Metern sind wir noch frisch aber nachher kurz vorm Ziel die Rampe ist ein bisschen schwieriger oh, wie klasse alles prima 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 Rolf prima ja wirst du 20 Grad wärmer sein ha 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 Blitzinsen zum zu dem Gesamt haben sie doch erst drei Mohler ja ja Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja, ja.